ja ich habe jetzt immer auf den hund geschossen du stirbst bei eben schuss und der hund bei drei nords was machen die hier alter neu die die feiten sich die hunde wie schlecht ist das denn wie schlecht ist das denn alter was war und geschüttelt geschüttelt ich hab den getötet die haben sich gerade gefightet das sah so schlecht aus what the fuck